Sehr schön! Genau so halten. So halten. Bis runter am Boden. Jetzt legen wir hier nochmal so einen Kuss her, oder? Ja. Und... Also ziehen, 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 ziehen. Seid ihr so fest? Seid ihr so fest? Jetzt einfach wieder eine Höhe runter. Jetzt absitzen. Gut! Oh, das ist so schnell! Und am Boden. Und stossen, stossen, stossen. Dass wir einfach die Räder am Boden runterdrücken. Wie viele KM haben wir hier drauf, wenn wir landen? Wir sind jetzt mit 138 KM. Knoten, gedulden, 210 KM. Nein. Nein, vielen.